Du kamst, kamst Ich denke, ich kam einfach 38 Andermann und nur 89 Gold, also Was Payne angeht, bin ich Glaube ich Nicht dabei, ich bin nur am Farmen, Leute, ich weiß nicht, was hier da labert So Ich würde mal sagen Ich melde mich gleich Für Arena oder sowas in der Art Ich weiß nicht, wie gesagt, ich wollte nur das Thema ansprechen, dass Payne Eigentlich für mich Jetzt schon irgendwie haram ist Sowas in der Art, ich weiß nicht Man muss nicht Payne, sag ich mal so Also Man kann es ab und zu so 10 Euro Für Premium Mitgliedschaft vielleicht reinballern oder so Aber sonst, ne Payne ist, äh, nix für mich Leute, nix für mich Ja gut, Leute, Spaß beiseite Jetzt geht's weiter mit PvP Ich wollte mich noch ganz kurz vielleicht umskillen Ich weiß nicht, ob das vielleicht ne Nö, es geht in eine Sekunde los Das heißt, nicht umskillen, einfach nur Durchrennen und versuchen den weiteren Rekord zu, äh, brechen Ich renne jetzt einfach nur durch Einfach nur Yolo, Yolo Polo Hier könnte man vielleicht, äh, Stopp machen und dann Gucken, gegen wen ich gerade kämpfe Das heißt, einfach nur Drauf Drauf Land, drauf Oh, es war nicht schön Aber, sie machen mir kaum Damage Das heißt, ich kann einfach hier, äh, stehen bleiben Vielleicht so machen und dann easy peasy So, ähm, ich versuche den neuen Rekord zu stellen Es hängt davon ab, natürlich, ob sie mich aufhalten Oder nicht, aber es hängt, äh Äh, äh, was Es hängt davon ab, ob sie mich aufhalten Aber es hängt, was Egal, sie können einfach gar nichts tun Das heißt, ich kann, ich, äh, spring vielleicht hier In der Medi Jawohl, das heißt, noch ein Stun weniger Perfekto Hier Von Stunz befreit Easy peasy So, ähm, wenn es so weiter geht Kann ich vielleicht den Rekord von mir selber brechen Muss ich nachher mal gucken Die können einfach gar nichts Einfach nur durch Durch, 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 durch Schaffe ich das innerhalb von einer Minute? Wenn ja, dann ist es GG Wahoo Ähm, ich sollte Ich hätte mich vielleicht echt auch ein bisschen auf Damage skillen sollen Die sollen kämpfen für sich Ich, äh, gehe einfach durch Äh, ich habe sogar einen Mentor Bonus Das ist geil, geil, geil Das ist geil, geil, geil. So, jetzt mal abwarten für ein paar Stunts, die bisschen stunnen. Die hohen Sinne versuchen mir die ganze Zeit zu stunnen. Schaffen das aber nicht. Das heißt, einfach nur durch, 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 durch. Ich glaube, ich sollte das eigentlich sogar innerhalb von meiner Zeit schaffen, wenn ich mich hier... Ich glaube, die haben aufgegeben. Kann das sein? Nö, haben die nicht aufgegeben. Alles klar. Einfach nur durch. So, mein Gott, wenn ich meinen Rekord selber schaffe, ne, dann ist GG. Oh, das ist nicht schön. Ah, ein Stun. Nicht schöner Stun. Mann. Wie lange habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Jawohl. G fucking G to the G, Alter. Oh mein Gott. Einfach so easy peasy, Alter. 25.000 Punkte. Alles klar, Alter. 4,6.000 rumzeichnen. GG. Was war das denn? Das ist ein bisschen erweitert. Kann man mehr Dings jetzt kriegen oder was? Keine Ahnung. Mento Bonus hat mir 2,5k gebracht. Das ist GG. Mal schauen, ob die hohen Söhne irgendwas schreiben. Vielleicht Payer, Hacker, Noob, GG oder sowas in der Art. Und, ähm... Nö, nix. Das ist aber ziemlich, äh, geil. So, Leute. Das war's mit der ganz, ganz kurzen Con the King. Äh, huhu. Das war's mit der ganz kurzen Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein bisschen am Anfang habe ich, äh, ein paar Lava gemacht mit Payer oder nicht Payer. Aber ihr kennt mich doch. Ich bin halt ein Payer. Ich stehe dazu. Äh, ich habe leider nicht so viel Zeit zum Farmen oder sowas in der Art. Und da Big Point es gerne herauszögert, dass ich farme. Also, äh, ich wollte farmen. Dann wurden die Zwischenwelten ab 50 gemacht. Ähm, ich wollte vor kurzem farmen. Dann wurde der Dragon Event verschoben. Äh, ich wollte farmen. Dann bin ich in Sterngolt Arena reingegangen. Und dann, äh, habe ich mir gedacht, äh, pfff, nö, kein Bock. Also, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen mit der ganz, ganz kurzen 6 gegen 6 Runde und, äh, den kleinen Witz am Anfang. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann schreibt Hashtag nicht gefallen. Bringt mir trotzdem Kommentare. So, haut rein, Leute. Und viel Spaß noch beim Zocken. Weg geht's.